Für uns heißt es heute Hallo CMT 2019, Landesmesse Stuttgart. Wie ihr seht, wir sind auf Entdeckungstour, was es hier für Camping und Ausbau-Enthusiasten über uns alles zu entdecken geht. Und dann nehmen wir euch mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Hier gibt es Wohnmobile, da können wir uns an Olaf in der Heckgarage parken. Unglaublich. Also ich glaube, wir brauchen im nächsten Jahr auch einen Stand hier auf der CMT, weil unser Ausbau ist im Vergleich zu dem, was hier manchmal steht. Gar nicht schlecht. Nein. Einfach nur duschen. Also bei all den verschiedenen Ausbauten, die man hier sieht, es geht auch einfacher. Also das ist so viele verschiedene Typen und Arten von Wohnmobilen, Wohnwagen, Bussen, Expeditionsmobilen. Unglaublich. Es geht auch auf der Herbst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt die Hälfte aller Messehandel Klaufen. Hier gibt es wirklich unglaublich viele Campingmobile, Reisemobile, Expeditionsmobile, Zelte, alles Mögliche, was es hier wirklich gibt. Wir sind jetzt hier im Reisebereich oder im Travelbereich. Es sind sehr, sehr viele Regionale und ich glaube eigentlich von überall Reiseverbände, die hier verschiedene Reisemöglichkeiten präsentieren. Also für alle, die nicht mehr wirklich wissen, wohin es gehen soll. Hier findet ihr Inspiration. Wir ruhen uns kurz aus und dann geht es vor uns weiter. Was haben wir noch vor uns? Wir haben Reisebereiche noch vor uns. Ich glaube, ich sehe hier vierhalben Reisebereich. Dann nochmal ein bisschen Caravaning und dann sind wir durch. Aber wir haben schon viertel vor vier, also wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir haben viel zu lange bei den schönen Bussen getrödelt. Aber jetzt heißt es erstmal, ausruhen. Das war unsere CMT 2019. Wir haben wenig gesagt, haben euch dafür umso mehr gezeigt. Wir haben Sachen gesehen, die hätten wir uns heute Morgen noch nicht vorstellen können. Viele faszinierende Sachen, inspirierende Sachen für unsere Pläne für dieses Jahr 2019. Viele Sachen, die kein Mensch braucht, aber die trotzdem ganz nett sind. Wir sagen an der Stelle Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Und Goodbye. Unser Tag hier auf der CMT 2019 in der Landesmesse Stuttgart ist fertig und viele Schritte gelaufen. Wir machen jetzt Feierabend. Bis zum nächsten Jahr.